Wir sind eben gerade durch Mettnau gefahren und sind jetzt auf dem Wege. Otti, wohin? Mettnau gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt waren wir auch noch mal im Strandbad Mettnau nach unserem Turmbesuch. Mücken überfallen wurden. Aufgefressen fast. Das ist schon besser so, dass wir hier auf der freien Wiese sind. Da ist es nicht so feucht, nicht so mückenlastig. Richtig. Ja, jetzt sind wir knapp zehn Kilometer gefahren. Dann vom Campingplatz Markelfingen und dann hier um die Westseite, das siehst, zum Mettnau-Turm. Ja, eine schöne Ecke hier, gefällt mir außerordentlich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020